teams und dann drücke ich hier nochmal einmal auf würfeln jetzt sind leger und ich in einem team das wollten wir nicht mehr dann würfeln wir nochmal und dann ist es das würde ich sagen auf geht's nochmal viel spaß ok da kommen schon die random picks hier marius pistol ist das jetzt was für ein sniper in der luft komplett geisteskrank schon wieder ein leger auf zwei sehe ich sollte mir fünf schutz items für die roten holen ist noch nicht gut gefahren ich hoffe der blaue geht auf leger ich habe keine lust den noch zu fressen hier in der vorletzten kurve ehrlich gesagt ist ein blauer von uns oder jawohl sehr schön go dr paut kriegst noch mindestens ein gibt gas brasser die können nicht zwei bis zwei bis vier haben haben sie auf jeden fall noch auf der 656 haben wir ok ziemlich ausgeglichen drei punkte unterschied wie du einfach weg gesnipet wurde es von der roten war luna das sah so geisteskrank aus aus von meiner sicht auch das sind wir wieder drei gegen drei oder was weine und vega noch mal diskonnect hier leider moment haben wir jetzt drei gegen drei oder zwei gegen vier zwei gegen vier oder ich glaube dr paut und koper sind beide beide bei mir dann drei gegen drei immerhin konnte es gerade echt schlecht erkennen weil die auf der map alle übereinander lagen aber dann ist noch mal gut ich bin noch mal entspannter als so ein zwei gegen vier auf einmal was für ein doppel roter ich habe selten gesehen so was nein wieso drücke ich denn so ich hätte in deutschen können ich idiot ich meine danach wäre nicht noch so ein zwei rote mehr von luna da gekommen habe ich gesehen aber ich hätte ihn dort schon können einfach man wie schlecht wie schlecht am ende und drück irgendwie ich weiß auch nicht warum ich gedrückt habe auf einmal nochmal excitebike oder was wie oft sind wir die eigentlich heute gefahren für mich nein und jetzt drücke ich zu spät was sollte das denn hä und mein roter trifft jetzt der war von luna gedacht ich meine sie hatte jeden schutz aber was passiert hier schon wieder wie zur hölle konnte ich da gerade nicht getroffen werden ich check nichts mehr jetzt aber ne go dr paut was für schrott ziehe ich diese bescheuerte pflanze bringt mir natürlich nichts mehr 3 bis 5 3 bis 5 gibt auf jeden fall auch endlich mal bausers fest um hier wird sich hier auch schon eine weile gewünscht leger der schubst hier schon wieder rum leger was sollte das denn leger in den laser werden gerutscht was sollte das denn hä was sollte das denn ich hab doch extra an das kabel gedacht dass ich jetzt strom auf controller disconnect einfach mitten in der fahrt das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein das konntet hat einfach mein controller deswegen bin ich schon wieder ein meter hinter leger im ziel gg auf jeden fall ja da anscheinend 45 zu 45 ist ja das erste unentschieden wegen disconnect unentschieden ja mein controller hat gerade disconnected deswegen konnte ich nicht weiterfahren das war auch geil und ja nächste woche wieder mario kart und wie gesagt da guck ich mal das was glücklicher war hat mich auf jeden fall gefreut dass ihr dabei wart danke fürs mitfahren danke fürs zuschauen ich wünsche euch noch eine schöne nacht macht's gut